Das war doch hier vorne am Eingang stand, nur noch einer rum. Da! Ey, bleib hier! Ja, aber wo denn? Mein Freund. Wegen den bösen Schweinen können wir nicht unter die Rohre. Hoffentlich ist da alles klar. Jetzt stehe ich schon wieder auf dem Schlauch, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Wie viel brauchten wir? 500.000, ja gut. Haben wir ja fast die Hälfte. Finde Tabby. Ja genau, wir sollten, genau, wir sollten zurück zur Eisenbahn. Da war ja was. Das war knapp, du. Was meinen die mit unter die Rohre? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Meinen die hier wirklich unter die Rohre, wo der ganze Scheiß hängt? Aber das macht aber überhaupt keinen Sinn. Ich vergesse jedes Mal, dass man hier nach unten drücken kann. Ab zur U-Bahn. Nee. Da hin. Bahnstation. Dann können wir dir nämlich das Zugdicke zeigen, dann passiert irgendwas Neues. Das hatten wir schon. Hä? Die Bahnfahrkarte vorbezeichnet. Ach so, er ist okay. Na dann, kleinen Moment. Er hat auch sehr viel Betrieb da. Ich möchte gerne den goldenen Wagen da drüben haben. Bahnfahrkarte. Fertig. Na gut. Willst du den Zement laden? Er trocknet rasch. Du musst schnell sein. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Muss ich den jetzt nochmal anquatschen? Sollen wir mit dem Laden beginnen? Ja. Er muss dort hinten hin. Dort hinten, ja. Ich sehe auch, wo dort hinten ist. Ich glaube, der Zement braucht eine Minute und 16 Sekunden zum Trocknen. Sei vorsichtig. Wo soll ich den denn jetzt hinbringen? Muss ich den jetzt in den... Muss ich jetzt da rein? Ja. Das hat er gerade selbst gemacht. Ich bin sehr froh, dass er es selbst gemacht hat, weil ich war überfordert gerade. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich hier machen muss. Ist da wieder so ein... und... Ah ne, das war bremsen. Wow. Ich dachte, er würde wieder von selbst zurückgehen. Ach so, man muss... Ah. Man muss abbremsen. kann man sich so ein bisschen in die Kurven legen und so. Das ist natürlich sehr cool. Okay. Wow, okay. Oh, das ist sehr cool. Das macht auf jeden Fall mehr Spaß als dieses komische Rennen da. Ich bin jetzt hier ein bisschen leise, das tut mir leid. Oh, man muss sich halt ein bisschen konzentrieren, ne? Ach, scheiße. Okay, da muss ich... muss ich dran denken. Ich muss ans abbremsen denken. Oh, man. Ich muss ans abbremsen denken. Okay. Holy fuck. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Okay. Da war jetzt der letzte Dings. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Das macht, das macht Spaß. Neustart. Ich möchte gerne alle grünen Dinger bekommen, weil ich glaube nicht, dass wenn wir das fertig haben, dass wir das dann noch mal machen dürfen. Ich hab's schon wieder verpasst. Das war gerade die Melodie von dem Auto-Schweine-Rennen. Das kann doch nicht sein. Es ist aber gut, dass der Doofe hier am Anfang ist. Ich muss daran denken, dass ich dann in der letzten Kurve, also wahrscheinlich letzten Kurve, dass ich da ein bisschen abbremse. Weil der nämlich auch kacke zu bekommen ist. Fahren wir nicht gleich hier? Ah. Ja, ja. Da müssen wir sich halt erstmal dran gewöhnen, ne? Ich versuche den ersten zu kriegen, ohne abzubremden. Nicht gekriegt, aber das ist auf jeden Fall machbar. Creep, creep, creep. Jetzt ist hier der Anfang, der stört ein bisschen. Ist ja besser, wenn das direkt hier am Start direkt nach unten geht. ist das auch hier doch? Das ist auch hier doch! Nein! Das war schon wieder da! Oh man, das kann doch nicht sein! Ich krieg das, weil es immer so ein hin und her ist und alles gleich aussieht, da kann man das irgendwie so schlecht abschätzen, dass da irgendwas, wann das kommt. Na? Na? Eindeutig hab ich den noch gekriegt oder nicht? 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Aber das dauert halt echt ein bisschen bis der umkippt. 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! Schätze ich mal. Warum hab ich abgebremst? Das war nicht gut. Das wird ja wahrscheinlich hart sein. 3, 2, GO! 3, 2, GO! Hm. Ich glaube, das ist schon sehr schlecht, was wir hier gerade haben. Ach, der war hier auf der Seite. Okay. Und der Zement ist getrocknet. Puh, das ist... Ja, ich war teilweise schon sehr langsam, das muss ich schon sagen.